Wie ist die innen- und sicherheitspolitische Lage in dem Königreich heute? Grundsätzlich hat sich die allgemeine Sicherheitssituation in Thailand seit dem Militärputsch stabilisiert. Allerdings ist es auch darauf zurückzuführen, dass verschiedene Grundrechte eingeschränkt sind. Also durch das Militär oder durch die vom Militär eingesetzte Regierung wurden zum Beispiel politische Versammlungen von mehr als fünf Personen verboten. Das Militär hat in Teilen polizeiliche Befugnisse und die Presse und die Meinungsfreiheit ist teilweise auch eingeschränkt. Sie haben die Militärregierung gerade erwähnt. Sie ist seit 2014 an der Macht. Ein erster Verfassungsentwurf und eine Rückkehr zur Demokratie ist im September 2015 gescheitert. Wann wird Thailand wieder eine demokratische Verfassung haben? Nach dem Militärputsch hat das Militär eine Roadmap erarbeitet und verkündet, möglichst bald zu freien Wahlen zurückzukehren. Die Roadmap ist in der Vergangenheit immer wieder verschoben worden. Jetzt ist vorgesehen, dass am 7. August ein Referendum über einen neuen Verfassungsentwurf geben soll. Wenn die Bevölkerung dem Entwurf zustimmt, wird es voraussichtlich in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres Neuwahlen geben. Mit dem neuen Verfassungsentwurf, wenn er denn angenommen wird, würde man in Thailand ein Hybrid-System schaffen. Also man hätte demokratische Elemente, wie jetzt zum Beispiel freie Parlamentswahlen in der Verfassung. Man hätte aber auch nicht-demokratische Elemente in dem neuen Verfassungsentwurf. Und von daher wäre die Roadmap, also das Referendum und dann eben auch Wahlen im nächsten Jahr, das wären dann höchstens Meilensteine auf dem Weg zu demokratischen Wahlen. Also das wäre nicht das Ziel, sondern das ist ein längerer Prozess, der mit Sicherheit über mehrere Jahre dauern wird. Eine neue Verfassung ist ja die Voraussetzung für Wahlen. Wenn die neue Verfassung jedoch auch nicht-demokratische Elemente enthält, wie frei können die politischen Parteien in Thailand denn arbeiten? Also das Parlament ist im Dezember 2013 aufgelöst worden. Seither stellen die Parteien keine gewählten Abgeordneten mehr. Die Arbeit der politischen Parteien ist stark eingeschränkt durch das Verbot politischer Versammlungen. Es findet derzeit auch keine inhaltlich-programmatische Auseinandersetzung in Parteien statt. Und von daher ist auch schwer vorstellbar, dass ein Wahlkampf im nächsten Jahr eine inhaltliche Auseinandersetzung zwischen verschiedenen politischen Konzepten sein wird. Also sprich, die politischen Parteien sind im Moment sehr schlecht aufgestellt. Es muss sich neben den formellen Voraussetzungen von der Verfassung auch eine demokratische Kultur entwickeln. Also in den politischen Parteien muss sich auch der Wille durchsetzen, dass man Wahlergebnisse anerkennt. Und politische Gewinner müssen eben auch in der Lage sein, Kompromisse zu schließen oder zu wichtigen politischen Fragen. einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Und das ist ein längerer Prozess, der das Land noch über Jahre beschäftigen wird. Herr Winzer, vielen Dank für das Gespräch. Danke, gerne.